Ja, ich schütze deine nicht vorhandenen Karma-Punkte. Welche Karma-Punkte? Deine nicht vorhandenen Karma-Punkte. Die zwei brauchst du nicht zu schützen. Ich hab 29. Ich hab zwei durch Shader mal bekommen. Ich hab die, die ich durch gute Runden verloren habe, habe ich durch Penisfreuch wieder raus. Oh, bye, Timor. Warum ist HE drinne? Weil ich Bier gecrashed. Alter. Ich hatte bei mir auch die großen Topfächer drin. Na, wenigstens 3.000. Da, eh gut. Ey, die zielt nicht, also ich bin schon eine ganze Weile zu. Die schießt und trifft mich trotzdem und haut mir dort fast 10.000 weg. Was ist denn das für ein Scheiß? Jetzt bin ich herrlich. Ich sehe Karten. Wer war das? Die Izumo? Was, die Schrott-Zumo? Fertig bis mal langsam? Die fahren da alle drei. Geil. Ja, die fahren alle drei jetzt hier mit ganzem. Nein! Mich verdankt hier. Sieht der Dettel auf Bismarck. Und Izumo berankt zwei Mal. Ey, seit wann ist die Zieltel so weit vorne bei der Trippe Bismarck? Weil die immer so weit? Die ist auf... Die ist keine Ahnung wo. Ich hab grad nicht... Ich hab die genau ab Bug getroffen. Siehst du diese vordere Spitze bei dir? Wo diese kleine Mastra hängt? Ich sehe nichts mehr. Ja. Kann ich nicht dafür. Ich muss ja weg. Nein, die fährt aus der Range! Oh, ne. Das Hex ist Missteil. Ja, die sind am Berg. Ja, ich hab die Angst. Ja, die erste Cita hat hier schön Schaden gemacht. Oh, ne Kaskone! Wo? Da hinten war die kurz offen. Ist die auch wie meine Roma dabei? Nein. Ey, Kaskone, was hast... Was hast du? Du bist offen, gehst direkt im selben Moment wieder zu. Hex hat sie. Funky, mach die auf! Ach nee, das ist eine Missouri, die da war. Ach, das ist eine Missouri, die da war. Ups. Egal, die brennt auch gut. Also, Briten also? Und sie brennt zweimal in einer Salve mit. Kann mich mal jemand von euch beiden anschießen? Ich hoffe mal ein bisschen Atelier. Äh, kurze Frage. Wir hatten hier hinten genebelt gehabt. Ich? Ist ja lustig. Ja. Was hast du da geschossen? Ich hatte auf die Izumo geschossen. Und dann ist sie rausgefahren. Nur ich dank da, in der Lücke. Und auf einmal haben drei Leute auf mich gezielt. Secondary Cita. Das war mir dann ein bisschen viel. Eine Secondary Cita wird ja nicht angezeigt. Ja, aber ich habe einen 30k gerade bekommen. Hä? Ich habe auf die Runen geschossene Malpenetration, ne? Und die Secondary schießt auf die Fiji schon die ganze Zeit. Da kam plötzlich ein gewaltiger Schadenzaufen. Oh nein, ich habe die Runen angezielt. Oh nein, ich habe die Runen angezielt. Oh, da kannst du vor sein, dass ich keinen Motorbus dahin habe, ne? Ich habe extra auf dich geguckt. Ich habe extra geguckt, dass ich dich nicht weg toppe. Naja. Rissuri brennt. Torb von hinten. Habe ich gesehen. Ich komme aber hier um die Fiji, ne? Ja, ich mach dich als Kono. Ja. Ich helfe auch so Rune hier noch mit. Bei der Z. Ich hab HE mit der Missouri auf die Conqueror geschossen, die... Really? Die überlebt mit 200 D? 300. So ein idioten Henry lässt sich von der Charles Martell ausgehen. Ich helfe gleich nach A und brenne die beiden Schlachter da ab. Ja, ich brenne eh zwei mal. Das bin der schießt HE. Die brennt nicht! Die hat jetzt einmal gebrannt, hat gelöscht. Gerade vor 5 Jahren. Jetzt brennt sie! Man muss sich nur beschweren. Ich werde mich beschweren. Boom! Das war nochmal ein Schneider-Scharn am Ende. Ich helfe jetzt so einen Lack, dass die Secondary Treffer kein Damage gemacht haben oder ein Brand. Und dann... Und dann macht die keinen Schaden beim letzten Leben, ne? Und dann macht die keinen Schaden beim letzten Leben, ne? Wie? Hä? Wo habe ich dann plötzlich diese 30 K? Das kann doch nicht die eigene Kugel gewesen sein, bei der da ruhen. Könnte aber nicht... Dann hast du keine 30.000 gemacht! Junge, ich war bei 30.000, weil das ist bei 60.000. Wie geht das? Irgendwie glaube ich dir das nicht. Irgendwie denke ich, du laberst gerade während dem größten Mist. Nein! Doch! Nein! Doch! Nein! Doch! Secondary Cita? Die wird dir nicht angezeigt und die Secondary macht keine 30.000 mit einer Cita. Ich will Munitionsbunker haben. Die ist auf Kreuzerniveau. Wenn überhaupt. Die wird so 5.000 machen. Wenn überhaupt. Wenn überhaupt. Ja. Das sind schlagende Argumente von Reaper. Was sagt unser Gegenargumentierer Phantom dazu? Ich sage dazu. Wen habe ich sonst getroffen? Eine Lüge haben wir getroffen. Dun dun dun! Ich habe deine Mutter glaube ich getroffen. Meine Kutu hat hier mit ihrem Kaliber 7.000 oder 5.800? 7.500 oder? Keine Ahnung. Ich sehe es ja gerade nicht, weil ich spiele mit Crash. Ja, das ist immer schönster. Aber das Spiel dominieren wir heute, ne? Ja, mein 10 verbrannt jetzt. Irgendwie gestern war der Tag der Niederlagen, ne? Irgendwie finde ich es gerade schade, dass ich heute fast den ganzen Tag postwischen gespielt habe. Naja, hat auch Spaß gemacht. Nein. Doch. Nein. Hat dir nicht Spaß gemacht. Und Bismarck Brand insgesamt dreimal? Hahaha. Ey, wir müssten es mal so machen, dass der komplette Clan nur Bismarck auswählt und dann alle auf einmal in ein Gefecht geht. Oder halt ne Tierpins halt die Schnauze. Die ist langweilig. Kann ich nicht spielen. Dann kannst du auch keine Bismarck spielen. Bismarck hab ich auch nie gespielt. Aber du sagtest, dass... Also, ja, nächste Lüge von dir aufgedeckt. Nächste Lüge von dir aufgedeckt. Warum? Du meintest mal, dass du den deutschen BB-Bomb als einzigstes normal durchgespielt hast. Ah, da ist der endlich. Hehehehe. Dum dum dum. So dieses... Die Bismarck war scheiße. Die ist überhaupt nicht scheiße gewesen. Die ist scheiße. Nein. Also nebenbei... Äh, heh, heh, heh. Wollt ihr noch Discord angezeigt? Arschloch.